Hallo und Willkommen Wir spielen Wie ist das Spiel? Turf Wars Was? Turf Wars Turf Wars Turf Wars Turf Wars Turf Wars In diesem Spiel geht es darum, wir haben Bildtime, ne? Ja, nein, Bildtime Aber schon nur noch 30 Sekunden Ok, es geht sich darum, ähm zu bauen und zu campen Jetzt, jetzt haut da raus, es geht nicht darum zu surfen Ja... Was war ich hier? Meine Base Ähm Ja Ich pass mal auf, dass ich diesmal nicht als erstes sterbe So Wer kriegt das first? Wer kriegt den first kill? Das ist natürlich jetzt noch die Frage Ok, Achtung Was? Was? Neville Bist du direkt tot? Ja Übertreiben richtig mit irgendwelchen Kids oder so Sache Spass Ich hab kein Kid Noah kommt rüber, Noah kommt rüber Achtung 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 Den kann man nicht ausweichen Den kann man nicht ausweichen, das ist das Problem Ja der Scheiss ist, wir haben weniger Blöcke als die anderen Was? Ich bin schon wieder tot, Alter Ok, hab ich ja Geil, das wird ja richtig schnell der Rote Was ich mache, Alter Was? Die brauchen eigentlich nur mich killen Dann hab ich schon gewonnen Ähm, fuck Leute, weg, weg da, weg da Ich muss da weg Oh, aber ohne, wie seid ihr nix? Achtung Achtung Smesh Oh Also auf ihm Deine Füße Was, Alter Das war ich I kind Krass Das Spiel ist einfach grade so ein bisschen okay hat die war es wie konntest du mich treffen ich kann es ja wie kann es nur die kennt oh alter hat er hier direkt ich habe ja meine kleine ich kann einfach nicht schießen sie konnte ich gerade nicht schießen das denn nur so machen ja das was ich kann nicht schießen ach so bauzeit alles klar Kevin also wer hier Kevin heizt bitte nicht ich schieß mich selbst weg was Achtung 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 ich habe ihn in der Luft Achtung aber gerade so jumpen und buch aus ihm und ja ich habe einen gekillt ey ach scheiße ich hätte fast schon wieder gekriegt Mann schade wie gewinnt komm 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 wir schaffen das noch wir müssen wir müssen deren Hauptwand hier zerstören Mario ich dachte mir in diesem Moment nur Sprit mit Focke ich bewege mich schon wieder nicht diese Tessa ich schmeiße gleich aus dem Fenster scheiße komm schau Mann ich will auch einfach reinlaufen können das ist viel viel geiler ach fuck er hat er ist weiter nach vorne ihr müsst leider nach vorne Mario will müssen und wir müssen alles geben ich bin dabei ja das geht auch nicht geht nicht das Problem ist die Ente hä das Problem bin ich eigentlich oh fuck ein Leben oh alter Noah oh schiebter ich geh Sniper Arsch Bildtime Bildtime Madi wir sollten uns ne kleine Wand hier bauen aber nix zu groß ist oder nix zu weit vorne es ist groß schon aber nix zu weit vorne und eventuell mit Ecken falsch von der Seite schießen so hinten oh scheiße was Hacker Achtung Hacker wieder Wasser was wir haben drei Curve Linien blockiert egal wie viele ich kann das damit schaffen machen man Mario Hacks ich hab nur mega Glück oh alter mal alter beide stehen oh wir haben gleich viel Glück Alter ja ja da geht der Stuhl kaputt kann Mario gehen Mann das kann doch nicht sein das ist der Hacker ok wir haben wieder Gleichstand alter Mario übertreibt ja wir schaffen das noch ok das war schlecht ich komm ich komm ich komm ich komm wir haben keine Chance gegen die Ente wir müssen in die Ente kaputtieren wir müssen in die Ente kaputtieren das Problem sind wir bekommen es steht langsam Pfeile nur jetzt Crash geh doch hier weg ohne Witz Crash ich baue gleich ich baue jetzt die Wand ab warte doch Digga Bildteil ja was stehst du hier lass mich doch man nein man warum kann man ja die Blöcke nicht einsammeln weil man ja nicht kann hier weil du Mario bist beste Begründung nein nein aus 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 lass die Ente oh das hat ein Leben nur noch warte bleib du ja das ist das der hat durch die Wand geschossen ja das haben Hexen ich bin tot scheiße aber man das ist doch ein spannenderes Battle als ich dachte das wäre so richtig schnell verloren Achtung die Ente ist weiter unten die Ente ist frei die Ente ist frei ja ich hab gerade kein Pfeil NEVER Achtung Mario kommt in der Seite ja ja enter 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 net Fox oh shit ich treff grad keinen alter Mario kleiner Achtung it's Crash oh ich hab's geschafft Achtung 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 hinter DER ACHTUNG hinter DER Bist du dumm war er habe einfach langsamkeit fünf gehabt gut hast du das war meine abgabe ich habe scheiß noch 15 Sekunden jemand habe ich verkackt Kierke alles gut ist ja eine gute große Wand von hinten weg Bild 1 ja okay gut mega verbauen verbessern wir das von uns einfach nur noch ja 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 einfach wieder aufbauen das ist kaputt wir haben richtig dicke wall dann kannst du es nicht mehr einsammeln ich wollte innen drin nein dass wir innen drin so einen kleinen Achtung haben oh scheiße die schießen von überall ich bekomme keine Pfeile lol scheiße bekomme keine Pfeile NAH ich bin tot ich bekomme keine Pfeile so eine verarsche ja ich bekomme ich habe keinen Pfeile bekommen ich bekomme auch jetzt keinen was alter ich habe einfach getroffen okay Mario wir haben keine Chance mit ich bekomme ich bin einfach der übertriebenste Lacker ich sag's euch gut das bekomme auch im Fall gut das bekomme auch im Fall komm jetzt auf Mario oh nein nein I know you ich dachte nicht so laut sein man okay Leute komm wir schaffen das Achtung Stefan Achtung NEIS AVAAR was ich wurde getroffen ich wurde gekillt das war ich ich hab ich war auf der an der Seite oh 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 wir müssen vorsichtig sein richtig vorsichtig ich muss wieder aufpassen wow ich muss wieder weg wow 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 Leute ich muss wieder weg ja Bildzeiih Stefan war hier alles auf oh ge- nein ho ok 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 tschüss ja isso Ja, ich brauche hier einfach mal zu. Mario, weisst du was der Klarstein bedeutet? Was? Wir sind zu zweit fast so gut wie die zu dritt. Ich habe Legs. Shit, komm zurück. Scheiße, ich habe den gerade gesehen. Du Legs. Eure Mauer ist weg. Was? Die Mauer ist weg. Die Mauer muss weg. Nein, die Mauer ist gefeilt. Die Mauer ist gefeilt. Ja, genau. Sechs Törflinien pro Kill. Ich bin richtig gut in dem. Alter. Ich bin gerade so schlecht. Oha, du hattest richtig krass Lack. Achso, das ist nicht. Das ist kein Lack, das ist Kernel. Never! Das nennt man Lack. Nein! Das nennt man Skill. Fuck. Er rutscht. Wir müssen zurück bleiben. Geh zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Hier rein. Komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein. Hier können wir durchschießen. Durch unsere geilen Gucklöcher. Das ist ja mal mega OP. Boah! Das ist ja mal mega OP. Das war ich. Ich bin... Bisschen... Achso, Build Time. What? Acht Sekunden, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Aber was, ey. Die können uns jetzt zu schnell sonst killen. Wir müssen auf jeden Fall richtig safe sein. Ha, ich hab... Waaaaaah! Du bist so eine Art. Was meins mit safe sein? Jaaaah! Wow, war das knapp. Ja, meine Maus schon wieder. Okay, Mario, ein Kill. Okay, Mario, ein Kill. Aktuell? Die? Nur? Kacki! Ja! Oh! Hab ich gewonnen? Kacke! Da hab ich sie abgemacht. Kacke! Ja. Wir haben gewonnen. Oh, Alter. Mega knapp, ey. Mega knapp. Das ist einfach das Kit der Ente. Das sollte man verbieten. So? Du stehst einfach irgendwo, hast ne Mauer. Du schießt einmal drauf, Mauer weg. Und dann kam ich mit mir hin. Das war so geil. Na, dafür ist halt nur ein instant, wenn du dann alle feierlust. Okay, warte. Äh, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, vergesst schon nicht uns zu teilen. Und, äh, falls ihr uns unterstützen wollt, uns noch nicht getan habt, abonniert uns doch einfach. Dann war's das. Vielen Dank. Tschüss! Tschüss!